Hallo Leute, es ist Stevie hier. Boah, da raucht schon weh, mein Rücken tut weh alles. Bevor ich anfangen will, grüße ich heute mal den Angelo. Mein Angelo war kleiner, grüße ich ihn euch raus. Grüße den Fortnite Lull. Also Fortnite Lull. Und den Luca Will. Ja, grüße ich ihn euch raus, die gehe ich. Heute kommt eine Leistung um 20 Uhr und geht bis 22.30 Uhr, weil ich morgen um 4 Uhr arbeiten muss. Ich glaube, ich soll euch noch durchpassen und penne, Alter. Obwohl, das ist doch nicht so hässlich, du... Deine Mama. Weil ich jetzt immer gar nicht kriege ich das Handy in der Hand habe. Ich fahre mit einer einzelnen Hand nur. Naja, was heißt denn Fahr, ich stehe ja. Aber leider muss ich kurz vorrollen, weil der Penne eigentlich nicht durch wollte. Ja, auf jeden Fall bis 23.30 Uhr geht der Stream. Morgenabend zum Wochenendestart kommt dann Fortnite wieder mal. Für zwei Stinnchen. Ja. Also darfst du das morgen mal da... Entschuldigung. Entschuldigung. Ich mach hier Turnen im Auto, Junge. Ich kann nicht Sport machen. Scheiß auf Fitnessstudio. Komm mit mir arbeiten, dann bekommst du viel Sport. Ähm... Ja, was soll ich noch sagen? Habt ihr Fragen und was von... Wollen wir mal zusammen mal aufregend spielen wollen? Schreibt mir auf Insta, dann können wir auch alle unter uns spielen. Ähm... Ich wollt viel sagen. Ich weiß auch nicht mehr vieles, weil... Ich bin Sprachwideraler drinne hatte und... Weil ich pissig bin gerade auf dem Pisser da hinten. Na, Spaß. Jut, haut da rein. Bis heute Abend. Tschüss.